Ah, durchdringt die Rüstung. Genau, durchdringt die Ziele. So, das ist das Allergeilste an der Waffe. Aber trotzdem bin ich jetzt immer noch nicht da hinten drin gewesen. Warum eigentlich? Will da rein. Sofort. Da ist auch die Minigun. Ah, hier soll ich hin? Na gut, wenn ich da hin soll, dann machen wir das natürlich. Open? Shit. Why not? Huh. Nee, da geht auch nichts. Aber da oben. Kommt da. Alter, das Ding ist ja noch größer, als wo gibt. Okay, cool. Gott. So groß. So, mehr Munition. Indeed. Yes. Raus geht's immer noch nicht. Es sei denn, wir öffnen das. System überbrücken. Geht das wieder los? Awesome. Und awesome. Awesome. Ah, was haben wir denn da cooles? Oh. Mich umgedreht, so. Oh. Scheiße, Mann. Das sollte klappen. Ja. Das sollte klappen. So, jetzt muss ich einfach wieder zurück, hä? Ja, sehe ich aber mal gar nicht ein. Moment, denn... Das ist immer hergekommen, ne? Da gehen wir jetzt nochmal gucken, weil da ist noch was. Lutsch die Minigun, bitch. Hey, mein Kleiner. So, jetzt... Jetzt... Wo ist er wieder da hoch? Ja, super. Okay. Hopfer. Questions, anyone? Nein? Good. Gut. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal alle Waffen... Isn't that awesome? Und die nehmen wir natürlich instant mit. Okay. Dann müssen wir da lang. Open. Open up. Sonst. Das Schöne ist, man kann hier wenigstens nicht runterfallen. Moment. What? Sind wir überhaupt richtig? Ne, völlig falsch. Falsche Richtung gegangen. Damn it. Ach so, ja klar. Da lang. Da lang. Komm her. Boom. Die Hälfte weg gesmashed. Ich freue mich schon übelst... ...auf... ...ääh... ...die Kettensäge. Da geht's dann richtig zur Sache. So, jetzt sollten wir natürlich schauen, dass wir nicht nochmal was übersehen. Aber, guck mal, da unten ist nämlich noch so ein Argent-Thingy. Irgendwo. Ups, falsche Taste. God damn it. Da würd ich sagen, oder? Gucken wir mal. Da ist er. Awesome. Boom. So, Chassis-Integrität Maximum. Sehr geil. Geht ab. So, dann hoch. Dann. Warte mal, von da sind wir gekommen. Da müssen wir da. Ah, Munition. Komm. Hopfer. Komm. Was ist das? Ja, sieht stark danach aus. Wir haben alles erledigt. Außer das. Aber das brauchen wir nicht. Okay, let's go. Sehr, sehr awesome. Geiles Spiel for the win. Ich muss das Portal schließen. Sollte sie wohl ausprobieren. Ja. Prototyp 2 ersetzen. Ist direkt nebendran. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Hier, Rinsätze. Da. Das sollte reichen. Das würde ich doch hoffen. Das würde ich doch hoffen. Awesome. Abgeschlossen und so. So, zurück in die Zentrale. Ah, okay. Die Sicherheitssysteme begrenzen den Energieausstoß. Sollte auf die Überbrückung von der Mainframe-Zentrale aus zugreifen können. Natürlich. Die BFG-Mainframe-Online-Bringe. Gar kein Thema. Muss den Mainframe-Online-Bringen, um die Schwankungen zu beherrschen. Beherrschen. So, hier geht nichts weiter. Nee, okay. Dann gehen wir direkt da durch. Begeben Sie sich bitte zum Nerven. Als Aufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Stufe 5. Er ist gut. Er ist gut. Oh, no. Alter, what the hell. Okay, warte mal ganz kurz. Ja, so haben wir nicht gewettet. Komm her. Oh, fuck. Boom. Nice. Umdrehe. Wir sind mit dem Kopf geplatzt, hä? So sieht's aus. Boom. Oh, shit. Fuck. Weg. 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 Okay, dann. Das da. Of course. Nee, besser das. Oder das? Kommt das. What the hell. Ich bin mit dem Kopf geplatzt. Weg. Ich bin mit dem Kopf geplatzt. Ja, nur weil ihr so hart stresst, weißt du? So, jetzt gucken wir erstmal, was hier geht. Guck mal, da ist eine Argenzelle. Und noch anderer Scheiß. Da ist das da. Das ist da drin, ne? Ja, shit. Okay, solange das zu ist, kommen wir da nicht dran. Same shit right there. Glaub ich. Das ist auch hier hinten dran, ne? Ja, ja. Oh, what the fuck? What happens? Zugang bestattet. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihren Waffen. Niemals. Niemals. Chaingun. Raketenwerfer. Zielerfassung, genau. Let's do that. Nice, thanks. Ah, da. Irgendwo da. Oder? Hä? Da? Oh. Ach, da. Okay. Cool. This is awesome. Wo ist er? Da. Kleine Doomguy. Great. Na, teleport. Me right out there. Ja, da ist immer noch zu. Dagegen können wir bestimmt was tun, oder? Nein. 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 Ah, fuck. Okay. Stück zurück. Komm. Geil. So, Zeitverzerrung auch noch mehr. Klar. Und als letztes dann die Munition. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Musik Musik A-B-T-T-A-A-M-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-S-T-H-T-H-T-H-T-H-T. Untertitelung. BR 2018